Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Game of Dwarfs Und da wären wir auch schon wieder in unserem Trautenheim Wir mussten... Hier haben wir runtergegraben, hier haben wir runtergegraben Können wir nicht aufmachen, warum auch immer das zu ist Da haben wir noch ein bisschen Gold Und ansonsten... Oh hier haben wir Mauerstein Gehört wahrscheinlich zu irgendwas hier unten Hier haben wir auch noch so viel zu erkunden Dann gehen wir mal hier rüber Wo ist eigentlich unsere Fahne Oder wurde die zerstört Hm... Das ist das, wenn man nicht... äh... Länger gespielt hat Seite Aufnahmen... Was heißt länger? Ein paar Tage waren es nur, aber trotzdem Glaub aber, dass er doch letztes Mal zerstört wurde Scheint zumindest so... Ich find sie jetzt grad nicht mehr oder hatten wir so... Hä? Oh hier ist sogar was über uns an Räumen Interessant, interessant, interessant Da wär ich hier am Leben nicht drauf gekommen Aber ich will erstmal die hier haben Da können wir hier mal, äh... Rüberbuddeln Gleichzeitig möchte ich aber... Dann hier die... Dann hier die... Diese kleines... Dieses Versammlungsfähnchen hier gebaut haben Und da dann meine Soldaten hinschicken Das haben wir nicht... Interesse... Genau, die Nahkämpfer wollen wir dann mal erforschen Das dauert ja noch ein bisschen, aber egal Ah, da müssen wir mal hoch und runter... Ja, könnte man hier auch einen Verbindungstunnel machen, aber... Sollen sie mal ein bisschen... Hoch und runter klettern Und was haben wir? Ein Goblin Den haben wir erst mal gezeigt Und hier ist... Marmor Weg... Weg... Weg mit dem Marmor Jetzt will ich aber erstmal wissen, was hier oben war Zwei hoch müssen wir buddeln So, das möchte ich jetzt auch mal wissen Und bitte... Die... Na... Fahne können wir doch mal hier einstellen Dann brauchen wir... Ja... Ach, da haben wir so einen kleinen Wicht Ja... Da haben wir so einen kleinen Wicht Ja... Hier... Weg damit... Könnt ihr euch jetzt schlagen hier... Wär das auch erledigt... Wer das auch erledigt... Und wenn wir schon dabei sind... Die beiden sind auch weg... Hier haben wir noch ein bisschen Gold... Ich weiß zwar... Ich weiß zwar nicht wofür ich es brauche... Ich weiß zwar nicht wofür ich es brauche... Aber egal... Wir geben einfach mal ein bisschen was für... Marmor aus... Warum... Warum... Weil wir es können... Weil wir das Geld gerade haben... Hier... Buddel dich durch... Dann kommst du zur Leiter... Wenn du jetzt clever wärst... Wirst du zuerst dich zur Leiter durchbuddeln... Und dann kommst du auch raus... Hm... Die beiden könntest du auch abbauen... Ich brauche dann aber trotzdem noch eine Leiter nach da... Sonst kann er das Gold nicht abbauen... Und wir gehen dann mal... Einfach hier ein bisschen runter... Hier hört es sich gut an... Und... Die kommt schön mit... Ups... Ups... Da sind wir schon drin... Dann wollen wir hier mal ein paar Leitern hinbauen... Eine Leiter... Zwei Leitern... Na... Drei können wir nicht... Brauchen wir nicht... Na... Nicht nett... Bringen wir sie mal schnell in Sicherheit... Ja... Da kommen meine... Meine Soldaten... Die werden den jetzt erstmal schön einfahren... Und lasst knallen... Sag ich doch... Hier unten hätten wir jetzt... Nichts was wir direkt... Bräuchten... Budeln wir uns mal... Hier zwei rein... Und... Ein Tief... Ich hoffe mal das hat so jetzt gepasst... Da... Und... Ihr kommt bitte schön... Mit nach hier... Ja... Ja... Ich weiß... Hier ist ein bisschen weiter zu laufen... Bis ihr da seid... Da kommen sie doch... Da pennt schon mal einer... Hätte auch gerne das da jetzt einer reinbuddelt... Ah... Es war daneben... Muss ich halt da... Na... Wo bleibt denn mal... Ein... Bauarbeiter hier... Wo ist es denn einer der hier mal ein bisschen mint... Unglaublich... So... Da... Bitte... Geht doch... Ah... Da haben wir Platin... Können wir auch gleich mit abbauen... Ach... Passt... Da haben wir schon das Tomalit... Und... Wunderbar... Noch ein tiefer... Weil wir es ja können... Na... Zack... Ah... Da sind die Gegner... Und... Die... Leiter... Komm schon... Leiter... Leiter... Ach... Warum will er da grad die Leiter nicht? Hallo? Leiter? Geht doch... Und... Wechseln sie... Und... Wir können uns hier spezialisieren... Und... Scheint nicht... Haben vielleicht noch die entsprechende... Level... Erreicht dafür... Hier könnten wir ein bisschen... Ausbuddeln... Und... Weil wir schon dabei sind... Machen wir das... Machen wir das... Etwas tiefer... Wunderbar... Dann bräuchten wir noch eine Leiter wieder... Passt... Kann man hier ein bisschen... Oh... Das ist ein Level 14er... Nicht schlechter Specht... Nicht schlechter Specht... So... Leiter ist da... Könnten die doch jetzt... Runter? Oder auch nicht? Hm... Ja... Natürlich wieder... Wegen diesem... Blöden... Teil... Oh... Er... Portet sich einfach hoch... Boah... Das war ein Level 14er... Okay... Ganz schnell mal erledigt... Schildträger... Berserker... Schildträger... So... Dann... Können wir hier noch... Was ist das eigentlich? Mauerstein... Ne... Dann nehmen wir hier lieber die hier... Die bräuchten wir ja auch noch... Ah... Da haben sie doch... Geklotzt... Und noch ne Leiter... Na... Muss ich hier oben irgendwo noch... Leiter... Und hier dann noch ein bisschen... Bitte... Ja... 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 Er fällt gleich wieder... Und kann dann gleich weiter arbeiten... Und da kommt dann gleich auch noch ne Leiter... Wir müssen... Ah... Hier haben wir es... Ja... Passt es genau diese Höhe... Ich kann ruhig das mal weg hier... Dann buddeln wir uns da hin... Wir bräuchten dann aber... Moment mal... Wo haben wir jetzt die Fahne stehen? Weiter oben oder weiter unten? Unten... Dachte ich... Hallo... Fahne... Hm... Hat er sie zerstört gekriegt? Scheint ganz so... Weil ich nix sehen Fahne... Na gut... Hier hätten wir... Marmor... Herr mit Marmor... Und Herr mit Gold... Gold... Sieht gut aus... Da kommt er... Achja... Nach seinem Tod... Ich weiß gar nicht... Wenn das... Ein Miner... Ein Baun... Hupsala... So... Ah... Na... Soviel bitte nicht... Wo sind sie... Da... Ah... Nicht Militär... Verdammt... Ich wollte Bergarbeiter... Kann man die irgendwie... Komm... Ja... Du kannst gehen... Tschüss... Ich freue mich einen neuen... Bye Bye... Und da ist der neue... Du bist dann auch Bergarbeiter... Hier ist alles... Soweit... Ausgemint... Was ich so bräuchte... Was gibt's hier... Schönes... Ja... Machen wir ruhig mal... Was haben wir hier... Ne... Ne... Erstmal so die kleinen... Wow... Hier ist ja richtig was zum... Zum... Dann... Hier passt... Marmord... Gold hier drüben... Moment mal... Ich hab irgendwas... Porten hören... Ah... Da... Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Ah... Ja... Durch... Mam... 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 Das hatte ich ja ganz vergessen... Ah... Komm... Stehen hier... Dann müssen wir... Das so machen... Der kommt dann hier hoch... Ja... Und... Ihr müsst... Stehen bleiben... Ah... Gut... Die können hier direkt runter... Na... Bleibt... Greift... Greift ihn doch an... Greift den da an... Wunderbar... Hat doch geklappt... Du wirst... Berserker... 300 Nahrung... Kann ich eigentlich Nahrung kaufen? Nein... Ich kann keine Nahrung kaufen... Aber jetzt... Auch... Egal... Weil... Wir könnten einfach hier mal so ein bisschen... Ich brauche eigentlich kein Holz zur Zeit... Können wir nämlich einfach hier... Oh... Das bringt sogar zwei Nahrung... Ja... Dann bauen wir das auf jeden Fall an... Dann haben wir genug... Ganz sicher genug... Und wir können noch hier so... 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 Schöne... Tun bauen... Einmal eine dahin... Wir könnten eigentlich noch eine Truhe dahin setzen... Und... Nur weil wir es können... Na... Da waren wir gerade keine... Sollte erstmal reichen... Ach... Weil wir es können... Noch da hin... Oder besser... Ich wollte es eigentlich da hin... Aber es war jetzt wegen dem Drehen... Wunderbar... 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 Ich dachte, die könnten hier rein... Ach ja... Wieder wegen... Diesen blöden Teil hier... Kriegen sie den Weg nicht gefunden... Genau... Und da kommen sie schon... Mal schauen... Findet der hier unten was...